Was ist die Veranstaltung in den 70er Jahren? Sie ist geboren, ist heute auch mit dabei, Herr Hempel. An Sie als erster die Frage, was haben Sie für einen Eindruck von dieser Veranstaltung hier im Fraktionssaal der Linken im Bundestag? Also zum ersten Mal, dass es Hoffnung gibt. Wir sind ja schon eine Woche im Arbeiten und jetzt hier dieses Treffen heute, also positiv, muss natürlich wachsen in andere Fraktionen rein, weil das Thema der Kolonialignität ist nicht nur ein Thema der Linken, war es mal früher. Und das hat gerade dazu geführt, dass das Thema sich so hingezogen hat und das ist ein menschliches Thema, ein humanes Thema und das muss aufgearbeitet werden, weil die Opfer und die Täter noch leben und praktisch die Opfer das Leid immer noch tragen und damit in Deutschland und in Chile sitzen. Jan Korte kennt dieses Thema schon lange, beschäftigt sich unter anderem damit auch schon recht lange. Was war dein Eindruck von der Atmosphäre hier, von dem, was auch Betroffene gesagt haben und was ist aus deiner Sicht der Fraktion bei diesem Thema wichtig? Zunächst einmal war das natürlich extrem bewegend, auch die Schilderung von Herrn Hempel zu hören, wie er dort aufgewachsen ist und vieles andere mehr. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man auch die Mütter der Verschwundenen hier treffen kann, was mich natürlich auch politisch schon sehr geprägt hat in meiner Geschichte. Und für mich ist natürlich eine entscheidende Frage und das wurde ja hier heute übergreifend gesagt, es gibt eine politische und eine moralische Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland. Erstens den Opfern zu helfen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und auch Geld in die Hand zu nehmen, um zu gucken, was gab es für Kooperationen, wie ist das eigentlich gelaufen, wer hat damals eigentlich wen von den Tätern in der Kolonia Dignitat eigentlich unterstützt und schlussendlich natürlich, und das wäre natürlich ein ganz starkes Zeichen, wenn es ein großes Projekt zwischen Thiele und Deutschland geben würde und ein gemeinsames Mahnmal, einen Erinnerungsort dort zu schaffen. Und das wollen wir jetzt versuchen, möglichst fraktionsübergreifend auch hinzubekommen. Die Berlinale hat ja das Thema mit einem sehr bewegenden Film schon in die Öffentlichkeit gebracht. Ansonsten gab es Dokumentationen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen. Was erwarten Sie, Herr Hempel, als Anwalt vieler Betroffener jetzt in den nächsten Monaten und Jahren von Deutschland, von der deutschen Regierung und durchaus auch von der Öffentlichkeit? Also erst mal, dass die Bundesregierung endlich sich dem Thema annimmt und aufhört zu sagen, es ist ein chilenisches Thema. Die Täter sind Deutsche, die Opfer sind Deutsche, die Straftaten haben schon in Deutschland angefangen 1950 und haben reingeragt bis ins Jahr 2005. Und die Bundesregierung, jetzt hat sie den Film direkt unter der Nase, sieht, das ist ein deutsches Thema und es ist kein chilenisches Thema, wie es immer gesagt wurde. Und dieses auf rohen Eiern tanzen vor der chilenischen Hoheit, vor der chilenischen Diktatur, vor den ganzen demokratischen Regierungen, die kamen, das muss aufhören. Es muss artikulisiert werden, wenn es notwendig ist, muss ein Sonderbeauftragter beauftragt werden, um das Thema direkt zu bearbeiten. Also das Thema, der Film führt dazu und dank dem Regisseur Florian Gallenberger, der sich sehr reingekniet hat in den Film, der sich praktisch mit vielen Opfern unterhalten hat und den Film tatsächlich dazu, also es tatsächlich geschafft hat, einen guten Kinofilm zu machen, aber so realistisch wie möglich. Und die Tatsache ist, der Film zeigt das perverse innene System, die Dynamik der gegenseitigen Spionage und wie Opfer und Täter da zusammengelebt haben, so zusammen geschafft wurden und das muss die deutsche Regierung jetzt irgendwie aufarbeiten, weil das Thema ist in den Kinos, das Thema ist jetzt in die Kultur reingerutscht und jetzt bleibt ihr nichts mehr anderes übrig. Inwieweit kann dann die Opposition gemeinsam Druck machen? Ich hörte auch, dass Teile der Sozialdemokraten da auch aufgeschlossen sind. Wir werden natürlich auch mit den Parlamentariern der anderen Fraktionen das Gespräch suchen, denn das bietet sich jetzt nicht für Parteipolitik in erster Linie an, sondern muss jetzt hier was erreichen. Denn es gibt auch viele schon, die alt sind, sondern man muss jetzt was tun. Wir werden das auf dem parlamentarischen Wege machen, über Anfragen, Anträge, anderes auch, aber vor allem auch über Gespräche. Und ich finde, was wir anschieben müssen, ist insgesamt nochmal eine Debatte, was ist aus den Tätern geworden, was ist aus den Opfern geworden, aber auch, welche Teile der Politik der alten Bundesrepublik haben eigentlich mit der blutigen Pinochet-Diktatur kooperiert. Und das gab es. Und ich finde, das ist an der Zeit, das auch systematisch jetzt aufzuarbeiten. Und da werden wir natürlich Druck machen und dafür war das heute eine ganz bewegende Veranstaltung. Vielen Dank.